Sie Pflegel, warum setzen Sie sich nicht woanders hin? Es gibt doch genug Plätte hier. Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden. Wer von unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig benehmen. Als ob man sich nicht an unsere Sitten anpassen könnte. Warum kommt ihr überhaupt alle hierher? Hat euch denn jemand eingeladen? Wir haben es alleine geschafft. Wir brauchen keine Hottentrotten, die uns nur auf der Tasche herumliegen. Jetzt, wo wir selber so viele Arbeitslose haben, und dann arbeiten die alle noch schwarz. Als ob das jemand kontrollieren könnte, wovon denen einer aussieht wie der andere. Man müsste wenigstens verlangen können, dass Sie Ihre Namen ändern, bevor Sie zu uns kommen. Sonst hat man ja gar keinen Anhaltspunkt. Im Übrigen riechen Sie penetrant. Aber das kann man ja schließlich nicht verbieten. Man muss man ja schwarzschildern. 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 Das war's für heute. Als ob nicht die Italiener und Türken schon genug wären. Jetzt kommt auch noch halb Afrika. Das wäre früher nicht passiert, dass alle rein durften zu uns. Mein Hans sagte immer, lassen wir einen rein, dann kommen sie alle. Die ganze Simpschaft. Die vermehren sich ja wie die Kanikel da unten, alle quer durcheinander. Kein Wunder, dass die da alle Aids haben. Die kriegen wir nie wieder los. Wenn das jetzt so weitergeht bei uns, gibt's bald nur noch Türken, Polen und Neger hier. Man weiß ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt.